Willkommen bei profischnapp.de hier in Impfingen auf der Fotofläche. Heute habe ich wieder was Besonderes für Sie. Und zwar den Relax-Sessel S-Launcher Himmola 7807. Ein manueller Relax-Sessel in Größe Small, in Leder Longlife Rustica Tanne. Ein Kundensterno. Nun, Sie sehen schon, ich bin 1,83 Meter, der Sessel ist für mich jetzt zu klein. Ideal für Personen bis 1,70 Meter. Aber er ist ganz leicht zu bedienen. Ich drücke einfach mich hier ab, die Zunge kommt raus. Hier habe ich einen kleinen Hebel, der Rücken geht nach hinten. Und ich habe hier noch ein Scharnier, um das Kopfteil nach vorne zu nehmen, damit ich nach vorne schaue und nicht nach oben. Zurück das gleiche, etwas entlasten, hier strecken und hier einfach reingehen. Zack, fertig ist die Soße. Der Sessel ist voll drehbar, hat eine schöne, natürliche Farbe grün, passt sehr schön zu Holz und zu braun. Und hat einen super Preis, weil er von einem Kunden bestellt, aber nicht abgenommen wurde. 1111 Euro statt 2.500 Euro. Ein Himmola Original-Gelächsessel. Hier und jetzt für Sie ein Einzelstück. Wollen Sie es haben? Dann würde ich sagen, schnappen Sie zu. Dankeschön, ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.